Hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier in unserem Bauprojekt Desert Park. Und ihr seht schon, die Chunkingos, die wir beim letzten Mal schaffen haben, haben sich sehr, sehr gut eingelebt. Die fühlen sich wohl, befinden sich aber noch hier in diesem Waldstück. Ich weiß nicht, ob ich hier nicht den Futterspender nochmal wegmache, damit sie auch in die Wüste gehen, weil es wäre irgendwie schade, wenn sie hier bleiben. Aber wir werden sowieso noch ganz viel an dem Wald und so ändern. Ihr habt wieder viel in die Kommentare geschrieben. Ich habe mir einiges durchgelesen, noch nicht alles, wenn ich ehrlich bin. Werde ich aber noch tun, habe ich noch nicht ganz geschafft. Und wir werden einige Dinge davon natürlich berücksichtigen. Aber als allererstes kommen wir mal eben hier zu den Namen von den Chunkingos. Da habt ihr auch ganz tolle Vorschläge wieder reingeschrieben. Da hat nämlich einmal der, welcher ist das, Steppenmuster oder so? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Steppenmuster. Der hat den Namen Spike bekommen. Ist ein Klassiker, ein Dinosaurier mit Stacheln. Da passt immer der Name Spike. Ist ja auch von einem Land vor unserer Zeit. Ich weiß gar nicht, was das für ein Dinosaurier genau war, Spike. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich sehr interessieren. Dann haben wir hier den nächsten Kandidaten. Das ist Chuck Norris. Der gönnt sich gerade einen Schluck Wasser. Chuck Norris ist auch ein sehr toller Name für den Chunkingos, finde ich. So, der nächste Name. Da haben wir Glumanda. Auch ein toller Name. Immerhin hat der Skin hier ja so relativ viel Rot mit drin und sowas rötliches. Deswegen Glumanda ein sehr, sehr cooler Name. Fehlt nur das Feuer hinten am Schweif. Und zu guter Letzt, der versteckt sich hier ein bisschen hinter Glumanda. Drehen wir mal die Kamera. Da haben wir Dayex. Auch ein cooler Name. Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank für diese schönen Namensvorschläge. Und ja, ich habe mir wieder einige Dinge notiert und aufgeschrieben. Wartet mal eben. Ich hole mal eben einen Block. So, ich mache das nämlich hier noch ganz oldschool auf einem Block und Papier. Also, ihr habt einmal geschrieben, dass wir... Ich hatte ja die Frage gestellt beim letzten Mal, ob wir nicht lieber Palmen hier machen oder Bäume. Ihr meintet, ich soll Palmen und Bäume mischen. Und mehr Palmen auf jeden Fall machen, weil die Palmen ein bisschen mehr diese Wüstenoptik haben. Finde ich auch so. Allerdings werde ich höchstens so Bäume bei so richtigen Oasen und so machen. Ich glaube, ich werde fast nur mit Palmen hier arbeiten. Wäre natürlich cool, wenn man es möglich wäre, irgendwie diese kleinen Palmen hier zu behalten. Ich versuche das mal eben. Ist das ja machbar, wenn ich hier ganz sachte entferne. Und den Baum. Nur den Baum. Nur den Baum. Millimeter Arbeit. Oh mein Gott, das hat richtig gut geklappt. Schaut mal, nur Palmen sind über. Okay, Leute, vielleicht kann ich das sogar noch öfter so machen. Weil so hat man ja richtig coole Palmen hier in verschiedenen Größen. Das werde ich definitiv versuchen, das ein paar Mal öfter hier an dem Fluss zu machen. Allerdings darf ich jetzt hier auf keinen Fall mehr beigehen mit dem Entferntool von Büschen oder Bäumen. Weil sonst sind die ganz schnell weg, die Palmen. Ja, dann habt ihr noch geschrieben, dass wir auf jeden Fall einen Livestream-Park machen sollen. Das machen wir ja schon. Habt ihr hoffentlich schon am Wochenende gesehen. Ich weiß gar nicht, wann das Video rauskommt. Wahrscheinlich am Montag oder Dienstag oder so. Dann habt ihr noch einige Dinosaurier-Vorschläge natürlich geschrieben. Und wir sollen mehr Flussarme machen, habt ihr geschrieben. Und kleine Oasen an diese Flussarme. Weil das sonst alles ein bisschen trist wert und wirken werde. Ja, finde ich auch cool, die Idee. Aber als allererstes werde ich jetzt mal die Bäume hier ein bisschen entfernen, denke ich mal. Weil das ist so das, was mich auch meistens schaut. Es ist alles noch hier zu grün, Leute. Es ist einfach so. Ihr habt mir sogar bei Instagram, ich weiß gerade leider deinen Namen nicht mehr. Du hast mir bei Instagram ganz tolle Bilder und Vorschläge geschickt, wie man das gestalten könnte. Also richtig schöne Bilder von deinem Wüstenpark. Sieht mega nice aus. Du hast allerdings den Vorteil, also du hast es auch so ein bisschen grünig am Fluss gemacht, aber nicht so... Ah, die Palme ist leider weg. Nicht so grünig wie ich hier. Aber du hast auch den Vorteil, dass du nicht so eine Dirt-Strecke unterbringen musst. Weil die macht das Ganze natürlich noch schwieriger hier. Aber ich will die auch nicht wegmachen, weil ich finde die Idee mit der Dirt-Strecke cool. Dann fahren wir wenigstens ab und zu mal so eine Jurassic-Tour durch. Ist ganz nice. Kann man die alle einzeln benennen? Nee, kann man nicht. Machen wir doch mal hier eine Desert-Tour. Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal hier diese Bäume entfernen und so gut wie es geht gegen Palmen austauschen. Und ich werde versuchen, das Ganze hier noch ein bisschen sandiger zu machen. Und ich habe mir überlegt... Den Baum hier machen wir auf jeden Fall auf weg. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, hier erstmal die Steine wieder zu entfernen, weil ich glaube, die nehmen echt Wüstenoptik weg. Ich werde, glaube ich, hier erstmal alle Steine entfernen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht. Zum Not kann man das ja wieder machen. Aber es ist vermutlich sinnvoller, das an einer anderen Stelle zu machen. Nicht so mittendrin, sondern irgendwo am Rand, wo es dann wirklich zu Felsen übergeht. Dass sozusagen dieses Felswüstenlandschaft so ein bisschen der Übergang ist zu einer Felslandschaft. Vielleicht können wir das ja noch machen. Aber hier werde ich auf jeden Fall versuchen, das Ganze ein bisschen sandiger wieder zu machen. Weil ich mache mir sonst echt zu viel Wüstenoptik kaputt damit. Haben ja auch viele geschrieben, dass das zu krass ist. Und mittlerweile finde ich es auch, wenn ich ganz ehrlich bin. So, das sieht doch schon bei Weitem besser aus. Vielleicht noch ein bisschen sandiger machen. Immer noch ziemlich felsig. So, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Sehr, sehr gut. Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir hier nicht zu viel Gras hinmachen. Und ich will auch hier ein bisschen... Ich habe zwar gesagt, hier am Ufer will ich überall so grün machen. Aber ich werde auf dieser Seite mehr mit Gras arbeiten, denke ich. Vielleicht können wir hier dichteres Gras oder so hinmachen. Und auch hier den Felsen werde ich nochmal entfernen. Weil ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also sieht es halt schon direkt mehr aus wie eine Wüste. Dann ist es halt auf dieser Seite mehr so grün. Und hier kann man dann vielleicht so ein bisschen dichteres Gras hinmachen. Ich finde immer, dieses Gras sieht halt irgendwie cooler aus. So ein coolerer Übergang, als wenn man hier dieses Terrain-Tool benutzt sozusagen. Also die Büsche sehen irgendwie etwas cooler aus. Sieht das immer sehr, sehr sandig aus. Äh, sehr, sehr grasig. Und ich möchte ja nur so einen ganz leichten Gras schon mal vielleicht haben. Denn der Palme ist in Ordnung. Sieht doch schon viel wüstenmäßiger aus. Also das bringt echt viel. Ähm, wir werden jetzt hier noch einige Palmen unterbringen. Und ich werde gleich den Flusslauf auch noch ein bisschen bearbeiten. Da habe ich mich auch nämlich inspirieren lassen. Von den Bildern auf Instagram. Sehr, sehr coole Bilder. So. Tut mir leid, dass ich deinen Namen gerade nicht mehr weiß. Ähm, aber fühle dich angesprochen und fühle dich bedankt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm. Du weißt sicherlich, dass du gemeint bist. So, sehr, sehr, sehr gut. Und dann mache ich mal, wenn du nicht zu hoch gehen. Das sieht aber jetzt schon wieder cool aus mit dem Felsen und so. Nice aus. Ich will hier um den Fluss allgemein so ein bisschen höher gehen. Lässt du da aber auch gleich nochmal über, damit das nicht so steil aussieht. Ich muss halt aufpassen, dass der Fluss nicht zu sehr kaputt geht. Ihr seht ja, ne? Er leidet ganz schön da drunter, dass ich hier... Okay, sehr gut. Ähm. Und hier vorne habe ich mir auch noch überlegt. Hier mache ich, glaube ich, nochmal... Ja, ich habe was Cooles gesehen. Das Problem ist, ich habe ja hier die Strecke auf dieser Seite. Also ich kann nicht mit dem Fluss hier nach da zeichnen. Ihr seht ja, da wäre immer eine Lücke drin. Finde ich doof. Das heißt, ich habe dadurch ein kleines Handicap und kann nur noch in diese Richtung was machen. Und ich glaube, ich werde irgendwo hier so eine Flussgabelung machen. So. Vielleicht ein bisschen dünner an den ganzen Fluss hier, wobei der ist gar nicht so dick. Sieht doch schon mal cool aus. Und dann können wir hier nämlich gleich ein bisschen... Ja, hier ist noch sogar fast etwas zu... Reiterswasser. Sieht man von oben halt nicht so gut, ne? Ja, von hier unten sieht man das besser, wenn man ranzoomt. Von oben sieht das immer so schmal aus. Das ist aber eigentlich gar nicht. Sieht doch schon sehr, sehr cool aus. Ich finde es immer doof, dass es von oben, wenn man so rauszoomt, das hier alles so doof aussieht. Aber das kann ich nicht ändern. Wenn ich ranzoome, sieht es nämlich wieder gut aus. Also dann geht das voll klar hier, der Übergang. Das ist halt nur, wenn ich rauszoome. Das pixelig wird, aber soll uns nicht weiter stören. Vielleicht könnten wir hier nochmal ein bisschen... ...besser überpinseln müssen oder so. Ein bisschen mehr ins Wasser gehen. Aber wie gesagt, ich will halt nicht zu weit ins Wasser gehen, weil sonst das alles so dunkel ist. Und ich finde es eigentlich cool, wenn der Boden so ein bisschen sandig ist. Im Rand können wir nochmal den Übergang ein bisschen machen. Ja, sehr, sehr schön. Hier haben wir es auch noch gar nicht sandig gemacht. Wobei hier macht es gar nicht so viel Sinn. Ich muss sogar dunkel lassen. Hier haben wir auf beiden Seiten so etwas Grün und Oasenmäßiges. Das ist ja an sich nicht verkehrt. Hier könnte ich das gleich noch ein bisschen wegmachen, dass es nicht ganz so hoch geht auf diese Dünen. Aber die Dünen werde ich eh gleich nochmal ein bisschen bearbeiten. Aber erstmal mache ich jetzt hier diesen Bereich. Und da werden wir jetzt nochmal ein wenig erhöhen, das Ganze. Ganz schön groß geworden. Oh, da muss ich aufpassen. Da mache ich mir nämlich gerade meinen Fluss kaputt mit. Ich werde es auch nicht zu krass erhöhen. Warum nicht zu wenig. Und ja, jetzt können wir nämlich nochmal ein bisschen grün hier oben auftragen. Ich glaube, ich mache das so leicht. Hier ist nämlich jetzt so unsere erste kleine Oase. Da möchte ich gerne diesen großen Baum hinmachen. Was heißt klein? Die ist ganz schön groß, ne? Und jetzt machen wir definitiv hier noch einige Büsche hin. Und zwar diese getrockneten. Nicht zu wenig. So, hier vorne ist mich noch ein bisschen sehr kahl. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das so lasse. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Ja, von so weit weg darf ich halt echt nicht gucken. Weil irgendwie sieht das alles ganz komisch aus. Das Wasser sieht auch irgendwie komisch aus von weit weg. Wobei, es geht noch. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier ein paar Palmen unterbringen. Und dann sollte das Ganze passen. Vielleicht können wir gleich nochmal mit dem anderen Tool ein paar Palmen machen. Weil das, glaube ich, sehr, sehr ungenau ist. Wir können das ja gleich mal gemeinsam ausprobieren, wie schwierig es ist, so kleine Palmen zu bekommen. Wahrscheinlich ziemlich schwierig. So, platzieren wir erstmal das Futter, soweit. Und dann nehmen wir natürlich in unser Palio-Futter, würde ich sagen. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ja, I know. Das muss befüllt werden. Dafür müssen wir nochmal eben hier eine zweite Dings machen. Zweite, zweites Gewächshaus. Damit wir mehr Pflanzen hier reinmachen können. So, das Gewächshaus ist fertig soweit. Und die Pflanzen werden gerade sozusagen, äh, ja. Ausgebrütet kann ich ja nicht sagen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die wachsen gerade sozusagen im Gewächshaus. Und ich habe vielleicht nochmal eine Frage, was das Gewächshaus angeht. Eine sehr interessante. Die stelle ich euch aber gleich. Ich werde jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen den Übergang und Rand ein wenig anpassen. Sehr gut. Äh, wir müssen allgemein gleich hier alles noch viel, viel hügeliger gestalten. Damit das Ganze nicht so, äh, künstlich aussieht. Jetzt müssen wir echt aufpassen am Rande der Strecke. Ihr seht schon, ich hebe hier gerade viel zu viel an. Das heißt, wir müssen hier gleich nochmal eigentlich mit dem Wassertool ran. Das Gute ist, wenn man hier so eine Strecke hat, dann geht das mal mit dem Wassertool. So, sehr, sehr gut. Äh, ja, machen wir das ja ruhig mal mit so einem Abstand so ein bisschen. Das wäre an sich nicht verkehrt. Glätten wir nochmal über, damit man das nicht so sieht. Geht das hier mal nicht so ganz krass hoch. Hier hinterher können wir nämlich auch gleich noch Dünen und so machen. Dann, äh, das Ganze denke ich mal cooler aus. Äh, so, jetzt kommen wir aber mal eben zu meiner Frage, die ich an euch habe. Ähm, man kann ja hier die Pflanzen auswählen. Und diese Pflanzen haben ja immer bevorzugt von, schädlich für. Ähm, jetzt ist die Frage. Geht dann trotzdem jeder Pflanzenfresser an diesem Futterspender fressen? Oder gehen dort dann bevorzugt nur die Pflanzenfresser hin, die dann auch hier dieses bevorzugt von haben? Weil, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Papaya hier in diesen Futterspender mache, ist so meine kleine Hoffnung, dass dann nur Ankylosauridae und Stegosauridae da hingehen. Das wäre ja sehr, sehr cool. Und diese eher einen anderen, ja, Futterspender sozusagen bevorzugt und dann dort hingehen. Oder, äh, ja, ob halt alle Dinosaurier trotzdem hingehen und sie dann einfach nur eine schlechtere, ähm, wie nennt sich das denn noch? Äh, Dingsbewertung da bekommen. Wie heißt denn das? Ich weiß gerade den Namen nicht. Hier, Paleo-Botanik-Bewertung da. Hier, diese Zufriedenheitsstufe. Also, das ist jetzt halt die Frage so ein bisschen, ob die Dinosaurier schlau genug sind, dann sich einen anderen Futterspender zu suchen oder ob es denen egal ist und die einfach den nächstmöglichen nehmen. Äh, ersteres wäre natürlich, ähm, ja, besser für uns. Definitiv. Äh, ich weiß jetzt nicht, was wir hier reinmachen. Das ist eigentlich auch ziemlich egal. Ähm, was wollen wir denn mal hier hinlaufen? Sagen wir doch mal, wir wollen hier an diese kleinen Insel Pachis locken. Pachis müssten ja, zu was müssten die denn gehören? Gehören die hier zu? Nee, eigentlich nicht, ne? Da, dazu gehören die. Pachy Cephalosauridae. Äh, ja, dann machen wir hier mal die Dinger hin, die Pachis gut schmecken, wenn es hier überhaupt was gibt. Ja, die Palmfahne auf jeden Fall. Hier die wollen wir nicht. So, Palmfahne. Die mögen sie auch. Die mögen sie nicht. Und dann nehmen wir die einfach noch mit rein. Verrottetes Holz, weil da haben sie nur schädlich für Stegosauridae, also das passt soweit. Schicken wir mal unseren Jeep hin. Der soll das Ganze auffüllen. Ähm, wäre überhaupt cool, wenn die Dinosaurier wirklich, ähm, ja, dann zu ihrem bevorzugten Futter hingehen, weil dann könnte man in so einem Wildlife-Park die Dinosaurier so ein bisschen, ja, an die Stelle locken, wo man sie gerne hätte. Das wäre echt praktisch. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass das geht, weil die Dinosaurier sind jetzt nicht die hellsten. Hat man am Samstag, oder gestern, für mich, äh, im Livestream sehr, sehr gut gesehen mit Albert. Albert, der war ja auch... Ja, die Leute, die es gesehen haben, wissen, was ich meine. Das war schon sehr, sehr witzig. Vielleicht sollten wir gleich nochmal hier lang gehen, ein paar Palmen platzieren. Ich hätte ja gerne nochmal so ein paar, äh, kleine Palmen, aber ich glaube, das ist ziemlich, ziemlich schwierig. Wir können es mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir auf diese Seite hier eine Palme hin. Oh, nee, das... Also, ihr seht schon, das war echt Glück, dass ich da... Oh, vielleicht können wir... Guck schon. Das ist noch eine kleine Palme, die hätte ich gerne. Und die große einzelne Palme auch. Nur der Baum, nur der Baum. Komm. Ah? Das ist ein Baum. Soll ich es riskieren? Leute, den einen Baum lasse ich. Ihr habt ja gesagt, ich soll eine Mischung aus Bäumen und Palmen machen. Weil bevor jetzt gleich die beiden Palmen hier weg sind, weil die finde ich cool, ist ja auch nicht schlimm, dass da mal ein so ein Räumchen zwischen ist. Also ehrlich nicht. Machen wir doch hier noch so ein bisschen grünlicher das Ganze drunter. Dann passt das. Cool. I like it. Sollte ich vielleicht öfter machen mit den Dingern arbeiten. So. Das war ganz schön, dass ich das hier oben alles übergerast habe. Aber ich darf jetzt echt nicht zu viel Gras machen. Muss halt so ein bisschen sparsam sein und das an die Stellen machen, wo es sinnvoll ist, mit dem Gras. Ja, da hinten könnte ich sogar noch mal ein bisschen was machen. Ich glaube, ich habe hier sogar etwas weggemacht. Einmal so. Warum nicht? Kann ja ruhig mal ein bisschen mehr sein. Sieht doch schon ganz cool aus hier. Wenn der lang fährt. Vielleicht mal eine Palme im Wasser machen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Mach mal so. Ich nehme mal eine große Palme hin. Ich will halt auch nicht zu wenig machen. Soll ja schon schön bewachsen aussehen. Das sieht aber auch schon cool aus, wenn man hier so lang fliegt, ne? Hier denn die kleinen Palmen. Da nochmal kleine Palmen. Also die machen schon echt viel her. Vielleicht hinten nochmal eine große Palme hin. Aber ich habe noch Angst, dass dann wieder die anderen verschwinden. Ich darf die halt nicht zu nah ran machen. Definitiv nicht. Perfekt. Seht ihr das? Das sieht jetzt cool aus hier, ne? Kleine Palmen davor, dann die große Palme. Ich versuche nochmal hier so ein paar kleine Palmen hinzukriegen. Was ist das denn für ein Baum? Der sieht ja cool aus. Habe ich auch noch nie gesehen. Leute, den lasse ich, glaube ich. Der ist irgendwie cool. Ist ja ein nicer Baum. Und wenn ich hier noch so eine Palme hintermache, dann sieht das, glaube ich, ganz cool aus. Hier geht es ja im Prinzip erstmal darum, dass man hier die Strecke langfährt, wie das dann aussieht. Ja, das sieht ziemlich nice aus. So diesen komischen Baum, da lasse ich mal, weil der ist, glaube ich, echt selten. Wenn wir den hier schon mal hinkriegen. Der nicht verkehrt, ne? Unsere drei Uranosaurisse sind jetzt hier zu unserem neuen Futterspender gegangen. So sieht das ganze Stück aus. Ich frage mich, ob jeder gleich aussieht oder ob die alle unterschiedlich aussehen, wie ehrlich ich bin. Ist das jetzt das gleiche Model? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sehen ein bisschen unterschiedlich aus, ne? Oder? Ach, keine Ahnung. Ne, ich glaube, das ist das gleiche Model. Keine Ahnung, ob die wirklich dann die Pflanzen drin haben, die man auswählt. Aber ich denke mal nicht. Ähm, aber ich glaube, damit bestätigt sich hier schon fast, dass, äh, was ich vorhin gefragt habe und befürchtet habe, dass die Dinosaurier sich nicht die Futter... Iguano, Doni, D. Wir können ja mal gucken. Ne. Das sind ja Iguano, Doni, D. Donti, D. Wie auch immer man das ausspricht. Und die sind jetzt hier zu dem Futterspender gegangen, den sie nicht so lecker finden. Also, die Dinosaurier, denen ist das egal. Weil die gehen dahin, wo es denen am besten gefällt. Äh, ihr seht schon, ich habe hier jetzt noch ein bisschen weiter gestaltet. Ab und zu da mal Glück gehabt mit einer Palme noch. Und so kleinen Palmen. Äh, hier vorne ist es ein bisschen oasiger geworden. Äh, hier fehlen natürlich noch überall Palmen und so. Aber das werde ich jetzt immer nach und nach ein bisschen mehr gestalten hier alles. Äh, den Berg hier habe ich ein bisschen nicht mehr so hügelig gemacht. Das war ein bisschen zu krass alles. Das habe ich auch alles ein bisschen angepasst. Und es ist gar nicht so verkehrt, dass hier immer wieder ein bisschen mehr Sand ist. Aber das hatte ich ja sogar von so geplant, ne? Hier ist ja auch mehr Sand. Das passt soweit. Naja, ich würde jetzt erst mal ein paar Palmen machen. Echt schade, dass man so wenig Palmmodels hat. Aber an sich können ja ruhig schon ein paar Palmschirmen hin. Jetzt nichts dagegen. Und dann mache ich hinterher auch noch eine Palme. Ich will auch nichts übertreiben. Ich hätte halt gern noch ein paar von diesen kleinen Palmen. Aber das ist halt wirklich so zufällig. Ich seh das schon. Manchmal kommen hier gar keine Palmen. Jetzt sind hier viele Palmen. Vielleicht können wir es nochmal versuchen gemeinsam. Gemeinsam könnte es klappen. Vielleicht ist zumindest die Einzelpalme da. Ja, ist aber wirklich Zufall. Ne, no chance. Ihr seht das schon. Also das ist echt super, super schwierig soweit. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier die Strecke weitermachen. Sieht aber schon viel, viel besser aus. Viel, viel oasiger als vorher. Bevor wir das jetzt hier weitermachen, gehen wir mal hier vorne hin. Und können das hier nochmal ein bisschen machen. Also hier fährt dann ja die Strecke lang. Finde ich auch ganz cool, dass der Futterspender so ein bisschen versteckt ist hinter diesen beiden Palmen hier vorne. Finde ich sehr, sehr nice. Vielleicht schaffen wir es ja hier nochmal ein paar kleine Palmenchen unterzukriegen. Oh, hier vorne sind Palmen. Sind zwar auch nur diese Dreierpalmen, aber I take it. Ja, das sieht aber schon ziemlich ordentlich aus. Natürlich kann ich jetzt da, wo die Palmen schon gezeichnet sind, oder die Palmen schon gesetzt sind, den Untergrund nicht mehr bearbeiten. Aber das sieht schon sehr gut aus. Also ich bin schon recht zufrieden damit. Hier vorne muss vielleicht nochmal ein bisschen Büschchen zinnen. Kann man auch mal so ein bisschen wieder ins Wasser gehen. Vielleicht auch mal wieder die ein oder andere bunte Blume hier mit rein machen. Aber ansonsten sieht das glaube ich schon sehr, sehr cool aus. Wir müssen eigentlich gleich mal aus der Farbperspektive schauen, wie das aussieht. Können wir mal eben machen. So Leute, wir sind im Truck hier. Schauen uns das Ganze aus der Perspektive nochmal an. Kommen jetzt aus unserem Waldstück raus an den Fluss und sozusagen in den Flusswüstenbereich. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie denn so die Optik wirkt. Ist natürlich hier noch sehr, sehr grün. Sollte aber gleich weniger werden. Wobei hier am Flussufer bleibt es natürlich grün. Aber man sieht jetzt schon gerade aus, dass es auf jeden Fall eine Wüste ist. Also die Optik ist jetzt schon viel, viel besser als vorher mit den Bäumen. Und dann sind hier auch viele Palmen und so. Sehr, sehr cool, diese kleinen Palmen und so. Die machen echt viel aus. Ich wünsche davon hätte ich noch ein paar mehr untergebracht gekriegt. Sonst sieht das halt sehr, sehr gleich aus. Vorne ist dieser eine coole Busch. Und da passt er auch hin. Da bin ich auch sehr zufrieden mit. Warum nicht? Und dahinter wieder eine Palme. Vorne wieder Palmen. Es fehlen natürlich auch noch viele Dinosaurier, die dann zur Atmosphäre beitragen. Aber ich finde, es sieht jetzt schon sehr viel mehr nach Fluss und Flussufer aus. Und hier vorne ist dann das erste, der erste Futterspender. Da sind auch gerade die, lasst mich nicht lügen. Ich sage jetzt schon wieder hier irgendwas, aber das sind schon Kingos. Schon Kingos und Uranus sogar. Teilen sich das sogar gerade. Wie cool. Ist schon nice, ne? Also die Optik ist viel, viel besser geworden. Wir holen mal eben hier. Dann lasst uns mal durch. Dann hat man hier auch mal ein paar Sandstücke. Das ist auch echt wichtig. Vielleicht hätte ich davon noch mehr machen sollen. Dass am anderen Ufer einfach mal ein paar mehr offene Sandstellen sind. Hier ist auch cool. So kleine Palme. Dann noch mal so eine große Palme. Und dann kommen wir hier vorne zu der ersten Insel sozusagen. Die ja relativ grün ist. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Auf jeden Fall schön bewachsen aus. Hier nach rechts sollten wir vielleicht sogar mal diese Optik lassen, dass man mal ein bisschen was von der Wüste sieht. Ist gar nicht so schlecht. Müssen wir natürlich schöner gestalten noch. Und da vorne sind dann die nächsten Dinosaurier und der nächste Futterspender. Da oben haben wir das erste Mal den großen Baum untergebracht. Das ist auch nicht verkehrt, denke ich. Sieht auch sehr, sehr nice aus. Dann kommen hier noch einige Palmen. Und so weit sind wir jetzt erstmal. Da vorne die beiden Sachen und sowas, die kommen natürlich hier noch weg. Das ist nur vorübergehend. Damit wir erstmal unsere Futterspender da machen können. Aber es sieht schon meiner Meinung nach jetzt viel mehr nach Wüstenfluss aus. Also es hat echt geholfen, das Ganze mit Palmen zu machen. Und hier diesen Berg und sowas wegzumachen. Das hat auf jeden Fall zur Wüstenoptik beigetragen. Ja Leute, ich finde, das Ganze hat sich diese Folge echt zum Positiven verändert. Es sieht viel mehr aus wie ein Fluss, der durch eine Wüste fließt. Und hat echt dazu beigetragen, diese Felsen hier wegzumachen. Die Palmen dahin zu machen und sowas. Das hat echt geholfen. Vielen, vielen Dank für diese ganzen Ratschläge und Tipps von euch. Das war wirklich sehr, sehr cool. Und ich glaube, wenn wir hier noch viel, viel mehr Dinosaurier unterbringen, sieht das Ganze auch lebendiger aus. Und noch mehr nach Wüste, wenn wir die richtigen Skins auswählen. Weil wenn man zum Beispiel solche Skins hier im Park hat, die tragen natürlich schön zur Wüstenoptik bei. Und ich versuche natürlich auch immer Wüstenskins zu nehmen. Es gibt ja das Muster Wüste. Das haben nun leider nicht alle Dinosaurier. Und ihr seht schon, die nächsten Dinosaurier, die wir für diese Folge freilassen, das sind fünf Stigimorlachs, davon vier Stück im Wüstenmuster und einer im Steppenmuster. Wurde sich sehr häufig gewünscht und deswegen werden wir ihn jetzt freilassen hier. Oh, das ist natürlich auch ein ganz toller Dinosaurier. Und wirklich ein passender Skin. Sieht sehr cool aus. Na du Kleiner. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut in meinen Wüstenpark. Ich werde jetzt nebenbei nochmal die anderen freilassen. Und ihr kennt das Spiel. Ich lasse mal erstmal den mit Steppenmuster frei. Ihr kennt das Spiel. Falls ihr hier einer dieser Stigimorlachs sein möchtet, oder dem Stigimorlach einen Namen verpassen wollt, dürft ihr gerne Namensvorschläge unten in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück seid ihr dann hier in meinem Desert Park verewigt auf jeden Fall. Würde ich mich sehr überfreuen über schöne Namensvorschläge. Na, der Skin ist leider nicht ganz so passend. Zweit Steppe, glaube ich, ne? Aber ist auch nicht weiter schlimm, wenn da mal einer bei ist, der so ein bisschen heraussticht. Der ist mehr so, ja, berglandschaftsmäßig, wenn man mal so schaut. Das passt eher so zu den Klippen da im Hintergrund. Aber gut, sonst nicht weiter stören. Ich lasse nochmal ganz fix hier die anderen soweit frei. Und dann werden wir mal sehen, wo die hinrennen. Und wo lauft ihr hin? Da vorne sind sie. Genau, also die Stigimorlachs, die werden jetzt erstmal was trinken, was fressen und sowas. Und wie gesagt, wenn ihr tolle Namensvorschläge habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Tipps und Ratschläge, wie wir das Ganze hier mehr wie eine Wüste aussehen lassen, dann, äh, die könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Falls euch das Projekt hier gefällt, dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi. Oh, hey. Gut, haut rein. opa. chi.